willkommen zurück zu einer neuen folge 4 in hospital so ok dann gehen wir mal ok der fährt alleine ohne dass wir es machen müssen schon mal positiv jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst ja hier taucht immer eine frauenstimme auf mit irgendwas mit drei und keine ahnung ich verstehe das nicht vor allem warum rennen die durch die wände das ist ein abwasserkanal ok sowas mag ich überhaupt nicht mit kinder drinnen vorkommen ey ich wollte mich doch ganz verarscht gibt es hier irgendwas hier ist eine offene türen hier lang ah ok geht die tür auf bitte nein dann gucken wir uns noch da hinten die tür an vorhin noch ein schönen stück kaffee nehmen oh zum glück habe ich den kam ich schon runter gestuckt und z steht sich da ausgespuckt alter was ist falsch mit dem spiel da komme ich nicht rein schade 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 schokolade dead bodies ghost crazy patients and now destroyed billion what have actually happened gesundheit Ich habe Null verstanden davon. Ne. Was zum Geier! Die hat eine Axt in der Hand. Mann! Ey! Ich schwöre nicht! Ich kriege dir noch einen Herz, Kasper! Was machst du hier? Was macht denn der Sack hier? Dass der noch angebetet wird? Ey! Äh, irgendwie... Ich stecke hier gerade dezent im Boden, ne? Ah, jetzt bin ich raus. Oh! Okay. Ah! Mein Schloch, ey! Was? Und Tschüss! Und... Eine Gummizelle! Did you really think you can... Ey! Lass mich raus! Warum? Warum ist meine Maus jetzt auf jeden Fall hier mit drinnen zu sehen im Spiel? Ja, ich habe keine Batterie mehr, schön! Und... Äh... Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, gut, hier hätte ich wohl nicht reingehen dürfen. Also... Tür ist abgeschlossen. Ich komme nicht mehr raus. Irgendwas läuft hier gerade dezent falsch. Did you really think you can... Did you really think you can get out live? Ja, ich möchte gerne raus. Ja, ich möchte gerne raus. Ja, ich möchte gerne raus. So, ich muss mir das jetzt mal ganz kurz übersetzen, ne? Ähm... 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 Dazu... Mache ich mal einen ganz kurzen Cut. Ähm... Nach dem kurzen Cut bin ich wieder da. Und... Ja, ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Was ist denn... No? Ich müsste jetzt sterben. Das Problem ist nur... Warum zeigt sich immer wieder die Maus? Ähm... Das ist... Ja... Schön... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß auch nicht, warum sich immer wieder die Maus zeigt. Und mehr als springen kann ich hier irgendwie nicht. Das heißt... Wir fangen nochmal vorne an. Und dieses Mal gehen wir nicht in das Klapsenzimmer. So... Den ersten Spaß hier kennen wir ja schon. Ey... So... Ähm... Wo war der Schlüssel? Da. Ja gut. Also wir meiden das Zimmer auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja gut. Hier gab es ja nicht wirklich was, ja jetzt tauchen wir mit dem schönen Geister auf. Da war auch noch ein Schlüssel. Mann! Na ja, der lässt so immer noch bloot gehen. Wir gehen mal den Weg hier lang. Den sind wir das letzte Mal nicht gegangen, glaube ich zumindest. Das war ja der in seinem fliegenden Bett. Ich sag mal so, das Spiel trägt mir grad Gänsehaut unter den Klamotten. Aber für schwache Nerven ist das auf jeden Fall nichts. Die Tür geht schon mal gar nicht auf, okay. Und da ist er mal gekommen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das kannten wir ja schon. Oh Gott. Oh Gott. So, wieder an der gleichen Stelle beende ich die Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Den ersten doch nach oben da das Kommentar da. Und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin bleiben wir gespannt. Genießt den Tag. Und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal.